Hallo zu Vaporum und zur Zeit steckt da ein bisschen der Wurm drin, also nicht im Vaporum, sondern in meinem Shadowplay, in meinem Aufnahmegerät. Erst ist es bei Stardew Valley passiert, dass es überhaupt nicht aufgenommen hat. War komplett leer mein Ordner, obwohl das Aufnahmesymbol grün geleuchtet hat. Und hier ist es so, da hat es mir eine 8 GB große Datei rausgehauen, bei meinem ersten Video, wo ich Aufnahme gedrückt habe. Und ja, die kann ich aber nicht öffnen. Mit keinem, ich habe alles versucht, sämtlich mit Quicktime Player und was weiß ich, oder mit irgendwelchen Konvertern, keine Chance. Ihr seht also jetzt, wenn es losgeht, geht es irgendwo mittendrin los. Tut mir echt wahnsinnig leid. Ja, also dann, trotzdem, viel Spaß. Ah oh. Ah oh oh. So, passt auf. Lockvogel-Taktik. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ich könnte mich hier rüber bewegen. Ich könnte hier einen Lockvogel hinhauen. Und das da hinten. Okay, wie sieht es denn eigentlich weiter aus? Hier könnte ich... Wartet mal. Aha, hier kann ich mich verstecken. Hm. Mist. Jetzt getroffen. Hm. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Nicht gut. Kommt er hinten auch noch? Oh. Ist hinten mir jemand? Nee, halt. Er ist hier. Hm. Warte mal, dann mache ich so. So. Zurück. Und weg. Genau. So mache ich das. So. Ah, da kommt er wieder. Was ist neben mir? Okay. Dann lasse ich ihn erst wieder herkommen. Hau mal ran. Geh weg. Und jetzt? Aha. Jetzt ist er wieder hier. Das finde ich eigentlich ganz nett. Um ehrlich zu sein, finde ich das ganz nett. Au. Bist. Verdammt. Das hat uns aber jemand anderes. Aha. Er hier. Ach, jetzt kommst du wieder. Das ist nicht schön. Du könntest schon längst tot sein. Das ist Quatsch. Nee, unsere. Nee, wir müssen. Nee, jetzt müssen wir anders machen. Gott, mal wir können. Ah, verdammt. Was ist hinter uns, ne? Wenn der hier tot wäre, wäre er super, ne? Aber wir verlieren zu viel Leben hier. Ah, Fehlschlag. Verdammt. Jetzt ist aus. Ach, da ist wahrscheinlich die... Könnte es sein? Tod? Wirklich? Okay. Da müssen wir aufpassen. Okay. Nochmal. Okay. So. Ach so, halt. Wir wollten doch... Mist. Nee, wartet. Das machen wir nochmal. So. Wir nehmen wieder unseren... Ach so. Wartet mal. Ach, ich hab hier... Ich hab hier nicht... Irgendwie ist hier was falsch, oder? Wartet mal. Wo? Verbesserte Protektor. Schaden durch Bluten. Schockfeuer. Was haben wir denn eigentlich noch? Erhöht die Nahkampfgeschwindigkeit, aber nur für eine Begrenztheit. Schützende Protektor. Und allen eingehenden Schaden. Aber es ist ein normaler. Normaler Schildgenerator. Verbesserter Schildgenerator. Okay, wir nehmen mal den verbesserten Schildgenerator. Und probieren jetzt das Ganze nochmal. Speichern. Und los geht's. Hmmmm... 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 Okay... Ja, und dann... Und dann und dann... Zack. Fehlschlag ist schon mal schlecht. Warte mal, wenn der da hintersteht, ist doch super, oder? Aber jetzt ist er schon wieder weg. Aber wir machen immer zu Fehlschläge. Das ist doof. Weil gleich wird er wahrscheinlich hinter uns auftauchen. Oder? Ach, jetzt ist er hier. Das ist schlecht. Aber auch nicht so dumm. So. Jetzt ist er hier. Was ist eigentlich hier? Ach, hier ist unser Schildgenerator. Okay. Oh, was kommt da? So, ein Mist. Okay. Ich glaube, wir brauchen dann doch mal... Ja. Au. Warte mal, wir... Nee, bleib mal. Und... Warte. Komm! Hau! Zu. Sehr schön. Was haben wir? Sag mal, du? Du? Ah! Nein! 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 Hör doch auf! Wer ist denn da noch? Sag mal... Wer war denn da jetzt noch? Oh, was ist denn das? Das wird der echte Knaller. Spielen sie auf normal. Spielen sie auf normal, ne? Ah, das war ja doof. Wir haben es so schön geschafft. Hm. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Was haben wir denn hier? Wo geht's denn hier eigentlich hin? Aha. Wir können eigentlich immer hier rumeiern, oder? Können wir das? Ja, wir haben das hier noch im... im Schlipdown, ne? Hm. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben... Im Grunde... Wenn wir eine Ecke hätten, ne? Das wäre natürlich perfekt gewesen. Aber wir haben keine Ecke. Wenn wir hier den Schildgenerator aufstellen, dann können sie uns von jeder Seite attackieren. Hm. Wenn wir uns in eine Ecke stellen, können sie uns nur von einer Seite attackieren, ne? Zum Beispiel hier. Und drüben materialisiert sich der wieder. Aha. Okay. Der ist jetzt eigentlich geblockt. Hm. Moment. Jetzt materialisiert sich der hier. Das ist doof. Und der ist nicht schlecht, ja, ne? Wir müssen aber erst mal den hier wegbekommen. Das ist jetzt die Frage, ne? So, jetzt ist der weg. Jetzt würde ich sagen... Gehen wir mal hier hin. Drehen uns. Hm. Gehen hier hin. Hauen den einer ran. Hauen den voller Kanne. Hm. Hauen hier hin. Wo ist... Wo hat sich der jetzt wieder materialisiert? Steht natürlich hier, ganz klar. Jetzt ist alles aus. Oh, da kommt noch so ein Viech. Da kommt noch so ein Viech. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kommen die unendlich? Das will ich mal holen. Ja. 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 Das will ich mal holen. Das ist eine Chance hier vielleicht mit dem Schild. So, Moment. Jetzt haben wir den hier. Der materialisiert sich hier. Da ist eigentlich für uns egal, wenn der sich hier materialisiert, ne? Ah, Fehlschlag. So, jetzt materialisiert er sich hier. Aber der geht ja wieder zurück, ne? Obwohl, wir haben ja noch das Schild... Ne, jetzt kann man kein Schild mehr. Komm! Und da kommt schon wieder einer. Vielleicht müssen wir doch erst den. Vielleicht... Vielleicht materialisiert der da hier immer die Dinger. Wisst ihr? Vielleicht ist der da hier... Der ist das Übel hier an der Sache. Wenn wir den haben, wahrscheinlich... Die werden wahrscheinlich immer zu materialisiert. Durch den. Schätze ich. Also, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Halt! Warte. So, Moment, Moment, Moment. Moment. Oder müssen wir hier, warte... Den Schalter vielleicht drücken? Ähm, zack. Wir nehmen mal noch sowas da. Nützt ja jetzt nix. Okay. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch den hier, ne? Und den können wir... Den habe ich vergessen. Ja, richtig. Den habe ich echt vergessen. Aber wenn wir jetzt nur noch den Geisterkrieger haben... Wo ist er denn? Hier. Nicht so, mein Freund. Nicht so. Ähm... Ja, ich weiß, wir könnten auch mal unsere Nahkampfwaffe... Aber ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, die zu wechseln. Mist. Okay. Das ist zu schaffen. Schuh! Können wir kurz speichern? Wir können... So, hier bekommen wir Kugeln. Ich habe schon gedacht, das schaffen wir nicht. Um ehrlich zu sein. Ähm... Oh, schön. Schön. Wir haben nämlich einiges verbraucht. Wir haben einiges verbraucht. Ja, wir sparen mal ein paar Kuchen. Mist. Ja. Ah! Der ist echt schnell. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so schnell ist. Zweimal können wir... Zweimal können wir draufhauen. Ah, doch nicht. Ja, dann müssen wir... Wenn wir schon zweimal draufhauen, dann müssen wir... Einmal weg. Und dann... Oh, der war gut. Der Schlag war nicht schlecht. Jups. So. Ich glaube, wir machen erst mal eine Pause. Denn ich bin fix und alle. Sind oft gestorben, ne? So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Den habe ich schon gedrückt, den Schalter, ne? Was hat der gemacht? Was hat der Schalter hier gemacht? Wir wissen es nicht. Wir können... Ach, hier ist das Loch. Da schauen wir nochmal hin. Zum Loch schauen wir nochmal. Aha. Können wir hier vielleicht das Loch zumachen? Ja. Okay, ich sag ciao für heute. Vielen Dank.